Er gehört zu den Legenden der 80er Jahre, Mitch Dior, Sänger der Band Ultravox. Doch auch Solo ist der Schotte bis heute erfolgreich. Sein Album Breathe etwa erreichte dreifachen Platin-Status. Am Samstag, den 20. August, ist Mitch Dior in Allzeit zu Gast. Auf der großen Something from Everything Deutschland-Tour macht er Station beim Dakapo-Festival. Rhein-Main-TV-Verlust zweimal zwei Karten für den Auftritt von Mitch Dior. Rufen Sie an unter 0137 800 2201, nennen das Stichwort Dakapo Ihren Namen sowie eine Telefonnummer, unter der wir Sie tagsüber erreichen können. Oder Sie schreiben eine E-Mail mit der Betreffzeile dakapo an gewinnspiel-at-rhein-main-tv.de. Wir wünschen Ihnen viel Glück und einen wunderschönen Abend im romantischen Ambiente des Alzeier Schlosshofes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017